Zuerst häkle ich das Babykänguru. Das besteht aus Körper und Kopf, die zusammen in einem Stück gehäkelt werden. Ich beginne mit einem Fadenring aus sechs festen Maschen. Den Fadenring ziehe ich zusammen und häkle in der nächsten Reihe, in der zweiten Reihe, jede Masche doppelt, sodass hinterher zwölf feste Maschen da sind. In der nächsten Runde häkle ich feste Maschen. In der dritten Reihe häkle ich feste Maschen. In der vierten Runde nehme ich schon ab und zwar jede zweite und dritte Masche. So, jetzt sollten sechs feste Maschen da sein. In der fünften Runde verdoppel ich jede Masche, so dass zwölf feste Maschen da sind. So, diese Fäden schneide ich jetzt ab. Die verschwinden gleich im Inneren und häkle weiter mit der sechsten Runde feste Maschen. In der siebten Runde verdoppel ich jede vierte Masche. In der neunten Runde häkle ich drei feste Maschen und nehme zwei zusammen ab. Also ich nehme jede vierte und fünfte Masche ab. In der zehnten Runde, das ist auch die letzte, nehme ich immer zwei Maschen zusammen ab. So, jetzt ziehe ich den Faden raus, schneide ihn ab und lasse erst mal den ziemlich lang hängen zum Vernähen. Nun stopfe ich den Körper und den Kopf mit Bastelwatte aus.